Das Kirchenjahr beginnt mit dem Advent und endet mit dem Ewigkeitssonntag, dem Ausblick auf die Vollendung der Zeit. Durch die Verheißungen, die Gott seinem Volk Israel gab, hat alle Zeit ihr Ziel bekommen. Punkt. Mit Christus ist die Zeit des Heils angebrochen. Mit seiner Wiederkunft wird sie sich vollenden. Und jetzt ein Lied. Es ist ein Rosenstrom, aus einer Wurzelzart, die uns die alten Zungen. Von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein brach. Mitten im Kalten... Kerstin, bitte. Ich muss ja Weihnachtsvideo machen. Mitten im... Ja, mach weiter. Es ist okay. Lass dich nicht stören. Ich wollte... Ich... Mach dann. Mach ruhig. Mitten im Kalten Winter... Wohl zu der halben Nacht. Ja, fröhliche Adventszeit noch. Kann ja nicht immer Kaviar sein, ne? Leider. Leider. Ich werde noch einmal Kavii ausziehen. Bistisch. Bistisch. Mitten im Kalten. Untertitelung des ZDF, 2020